Schau mal, du gibst in der Schule einen Test ab, okay? Du hast einen Test geschrieben. Okay. Okay. Die Antworten, die du aber aufgeschrieben hast, wenn du deinen Test zurückkriegst, sind andere. Sie wurden weggelöscht und wurde was anderes hinzugefügt, was anderes hingeschrieben von deiner Lehrerin. Was hat diese mit deinem Test gemacht? Sie hat es geändert. Okay, verfälscht oder nicht? Ja. Zweites Samuel, 6,23. Wie bist du da auf? Ich mach dich groß. Mach die Kamera an, bitte. Wir wollen die Kamera anmachen. Kannst du das machen? Dass wir das alles sehen, was du vorliest? Sehr wichtig. Genau. Die Tochter Sauls bekam bis zu ihrem Tod kein Kind. Perfekt. Dann geh mal bitte auf 2. Samuel, 21, Vers 8. Kannst du das jetzt vorlesen? Rizba, die Tochter Ayaz, dem Saul geboren hatte und die fünf Söhne, die Michael, die Tochter Sauls, dem Adre, dem Sohn Basiras, aus Meer geboren hat. Jetzt gehen wir mal rein. Nein. So, sie hatte gerade eben noch keine Kinder bis zum Tod. Jetzt hat sie fünf Söhne. Das ist schon mal ein Widerspruch, ne? Das ist kein Widerspruch. Was? Was? Der Heilige ist nicht bei dir. Welche von beiden? Ja, guck mal, Abu Kasim, halt doch mal die Fresse. Schau mal hier, das zweite Samuel, Kapitel 6, Vers 23. Aber Michal sah aus der Mutter. Er hatte keine Kinder. Mit den anderen beiden. Die Verfälschung von Samuel 2. Beantwortest du mir jetzt bitte los? Ich habe auch geschrieben, ne? Aber hast du ja auch gelesen, oder? Beantworte bitte jetzt. Warum wurde gefälscht? Beantworte. Ich beantworte es dir, wenn du was sagst. Nicht aus welchem Beantworten. Ich, ah, Bruder. Du fängst mit Samuel. Ich weiß, worauf du hinaus willst, ne? Da bin ich ein bisschen, sei ich dir ganz ehrlich, da bin ich, da habe ich nicht so viel Ahnung, ne? Weil ich weiß nur das. Warte, ja, ja, lachen, lachen, lachen. Ich kling's mal. Ich kling's mal. Ich kling's mal. Wie der Bruder schon gesagt hat, ne? Ja, du versuchst mich grad runterzuziehen, weil du mit Samuel kommst und ich dich ganz normal frage, altes Testament, neues Testament, nicht mal das beantworten. Ist das aus dem Alten oder Neuen Testament? Ja, aus dem Alten, ja, weiter. Aus dem Alten, siehst du? Ja, und weißt, was das alte Testament bedeutet? Die Christen beanspuchen es. Die Christen beanspuchen es. Versuchst dich nicht rauszulügen. Okay, ich lüge mich nicht raus. Hat das Jesus gesagt? Nein, Gott.